Vielen Dank für diese Stunde und Marburger Clubs United, wir erinnern uns es heute ganz unter dem Motto Treffen der Generationen und hier kommt noch ein weiterer, aber nein, ich bin der Älteste, ich darf das Ganze noch sagen, du bist jünger als ich, oder? Traue Haare hin oder her. 76, ich habe nichts gesagt. Hier ist die nächste Generation und zwar eine fantastische, hier ist Timo Baldor. Und normalerweise haben wir um 22 Uhr schon relativ auf Schluss gemacht, heute ist das nicht so. Wir dürfen auf jeden Fall länger, deswegen ist Timo Baldor auch hier heute und ich nehme an, dass wir um 11 Uhr sicherlich auch noch die ein oder andere Überraschung für euch bereit haben. Lassen wir uns mal überraschen, jetzt gilt aber erstmal eure Aufmerksamkeit in der nächsten Stunde für Timo Baldor. Viel Spaß dabei, Marburger Clubs United, die 12. live aus dem alten Bering-Gutshof. Viel Spaß! Viel Spaß! Das war's. 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 Das war's.